So, willkommen, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Also... Ich bin gerade bei Jimbo's und haben uns die Gasmaske gewohlt, damit wir uns hier an den Wachmann von Token vorbei mördern können. Kirschen, Jagen, Toten mit irgendwas. Oh, es ist auf! Komm, hier beschießen wir erst mal die Elfen. Ich hab's nicht anders gemacht. Ich hab's ja schon nicht mehr mit... ... selber Pussy. Pussy Bitch. Pussy Bitch. In den Kampf. Well, was der Teufel. Ich werde immer wieder getrennt werden. Mein Beführungsgegenstand. Das war hier noch mit Mr. Kim. Von der Shitty Fog. Hurry up! Gut, wir fangen mal an. Nummer 2. Mit bisschen HP. Okay. Ähm, was... Spielst du denn mit deinem Handy rum? Das gehen wir gar nicht. Ahahaha! Du, nicht cool. Wohl cool. Opferkind. Hammerisch. Schmeckt. 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 Elf. Nichts, so an die Elbe. Geh weg, geh weg. Bäm. In den Po. Po vor. In den Po. Wo, wo? In den Po. Wo, wo? In den Po. Bata ist vernichtigen Erfolg Hilfe Autsch Bogenschütze Na toll, sind beide wach Eine Berührung brauchen wir nicht Wir prüfen ihn jetzt einfach weg Verklickt, oder? Hat einen Erfolg Genau, nein, 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 nein Du küsst mich nicht, du kleiner Schwuler Elfenjunge Ok, er kontert, also Wir nutzen mal unseren mächtigen Luschenbogen Baa Du hast deinen besten Schuss und das ist alles, was Jesus fragt Ich bin sehr stolz von dir Wir haben dich so stolz gemacht Oh, wir haben Elfenmord Mit meinen neuen Nachrichten von Mr. King Er schreibt Mr. King Wenn du meine Hilfe brauchst, probier an Ich werde über deine Feinde kommen Wie Smog über Shanghai Alles klar Uh, Skeeter Spa Und was machen wir, Mr. McCormack hier hinten? Oh, was? Hey, ich denke, ich habe mich ein bisschen schwer in die Bar Das war heute Abend Danke für mich auf mich, Kind Ich bin auf Facebook Natürlich bin ich auf Facebook Kann ich sterben? Oh, 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 oh Die holen mich Fiese Ratten Brixviecher geht das bar und koppel zum bier in hier okay das screen du bist ja hinten dann bringt das was bist du Töte! Das ist bestimmt ein Jim-Pokemon! Jimtopf! Arnus? Amus! Was ist das hier? Ja. Sagen wir erstmal alles ein und ranadieren. Yeah! So funktionieren Geldautomaten also. Alles klar. Und hier ist kurze Schild. Was haben wir hier noch? Nur einmal natürlich. Bevor hier mit irgendjemandem reden, zerstören wir alles. Hallo! Alles klar, gehen wir in den Keller und zerfetzen ein paar Ratten. Das... Das sind doch keine normalen Ratten. Die haben Stacheln auf dem Rücken. Sie sehen aus wie Godzilla. Das sind Godzilla-Ratten. Irgendwelche Godzilla-Spermen. Nur die durch den Keller springen. Oh, das ist keine süße Mäuschen! Das haben wir noch eine Gesundheit gehabt. Das sollten wir so tot kriegen. Jawoll! Rade 1, Toad. Wart das Hammer? Das hat die ein bisschen mehr Alp. Machen wir jetzt mit den kleinen hier Matschen. Oh! Sie haben sie im wahrsten Sinne des Wortes Matschen. Nein! Sie hat mich angefögelt. Komm, holen wir die Ratte mal weg. Ah! Freier P noch. Sollten wir ohne Verschwendung von der Matschen kriegen. Auch wenn wir nicht... Oh, ich wollte die Ratten zeigen. Aber die Ratten brauchst doch keine Gnade zeigen. Butters. Fellbüschel. Eine von vier Ratten haben wir schon mal tot. Können wir hier zum kaputt machen? Buh! Trinkt das irgendwas? Können wir die so vorher betäuben? Haben wir irgendwelche Vorteile? Das wäre echt interessant. Zu erfahren. Lass mich in ihn! Erstmal... Phambolen wie üblich. Ob die sich eh gewinnen und wie eine Kacke bewerfen? Und Butters macht auch kleine Mäusche Matschen. Ist wirklich so frei verwandelt. Autsch! Das ist jetzt wie sie klein sind. Ganz schön. Schöne Brutalos. So, dickiges Matsch. Ich fühle mich wirklich krass. Ich fühle mich wirklich krass. Ich fühle mich wirklich krass. Und mehr Fellbüschel. Schöne Brutalos. Ich habe noch abgefangen. Ich frage mich, wo man solche Ratten findet. Oh, scheiß! Übliche Verfahren. Rambolen. Stein, Papier, Nüsse. So, die wär erstmal auch so gefecht für die nächsten Runden. Und da hauen wir mal nur mal drauf. Na, fuck. Lass ein bisschen geduldiger werden. Haha. Dreckiger kleiner Bastard. Zeig mir ist der Ratte. Neu. So, jetzt kann er wieder den Joghurt. Nein. Das muss ich eigentlich noch mal üben mit Butter. Das kann so nicht weitergehen. Zumindest beherrsch ich meinen eigenen Charakter. Hat er schon mal viel Wert. Blinder, Blinder. Hau, haut drauf. Was haben wir hier noch? Kisten, Kisten, Kisten. Fünf Verwahrungspunkte. Eine Ratte nur noch. Da haben wir unser Zollerfeld. Na wo ist sie? Da. Haha. Gefreut. Du Rattenbitch. Danner Blitz und Gewitter. So. Liebliches Verfahren. Etwas eintönig. Aber effektiv. Genau. Fick dich Ratte. Butter zerschmettert die kleine süße putzige Maus. Süß. Dann ist ein süßer Blut weg gewesen. Ich bin ja. Ja. So. Jawoll. Riesengematsch. Haha. Du kommst auch nicht wieder auf. Haha. Ja. Ich hoffe, sie sind schlafen. Ich hoffe, sie sind schlafen. Riesengematsch. Neukosexuelles Haargel. Und eine Bowling Trophäe. Das ganze 80 Cent fährt. Boah. Autsch. Was war das? Okay. Schauen wir erstmal. Mr. McCormack. Als neuen Freundin zu gewonnen. Momentan. Und jetzt Level 3. Yeah. Jetzt können wir unseren Mongolenbogen benutzen. Fantastisch. Was haben wir hier? Ja. Wähle mit X einen freien Platz. Wähle die Verbesserung, die du benutzen möchtest. Dann drücke A um den Platz anzulegen. Drücke X um sie zu entfernen. Okay. Also das gesockelte Waffen, die ich auch noch verbessern kann. Unglaublich. So. Was haben wir hier? Was Neues, Interessantes? Äh. Rambolen. Was bringt ein Rambolen jetzt? Perfekte Durchführung, verursacht verringerte Abwehr bei allen übrigen Feinden. Perfekt. Rambolen ja noch lieber. Vorteile, was Neues? Nee. Leider nein. Leider nein. Magie haben wir auch überhaupt nicht. Hallo? Controller? Hallo? Ich hab dich extra vorher geladen. Dürfte es eigentlich nicht ausgehen. Auf hier schlapp zu machen. Nein. Was soll denn das? Na? Blink, 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 blink. Alles klar. Bestens. Da ist er wieder. So. Quests. Weißer Kaffee und Torzerschwörer. Trage etwas um dich von den Pfefferspray des Wachmanns zu schützen. Hammer. Gehen wir mal hoch jetzt. Oh, meine TP erfüllen sich so von alleine. Gehen wir mal zum Seeker und sagen, ey. Verdammt, wenn du nicht ein nobeler Nied. After all. All right, kid. Here you go. Yeah. Was hab ich bekommen? Gegenstand entfernt. Ich hatte ne tote Ratte. Yeah. Ein Dartpfeil bekommen. Das ist glaube ich auch ne Wurfwaffe. Barkeeper und Skeeter. Achso, ich dachte schon mal der Barkeeper wärs Skeeter. 3x35 plus Feierschaden. Fügt bei perfekten Angriff Schaden zu. Zackig. Das Ziel beginnt bei einem perfekten Angriff zu bluten. Trifft bis zu 3 zufällige Ziele. Okay. Und was kann der? Trifft für zusätzliche Ziele gegen starke Rüstung. Waffe trifft 2x gegen starke Schäde. Ja. Ich bleib bei Mongolenbogen. Wir haben bei anderen blöden Arschlochkindern abgenommen. Piu. Jetzt haben wir wegen des echte Pfeile, die wehtun. Kann man halt die Bahn nehmen? Nee. Schaden. Komma? Nee. Komma? Du bist nicht durch. Du hast einen Ärger. Na gut. Hätten wir was geschafft. Laufen wir mal zurück zu Tokens Haus. Und verwüsten soviel wie möglich auf. Was schaust du auf, Pussy? Ja genau. Ich gucke die Pussy. Na, angestimmt komm. Kleiner Saftsack. Lass uns das! Na toll, Konterhaltung. Geht ja gut los. Was war das? jetzt werde ich auch noch verprügelt jetzt mache ich fertig einfach Kinder hier. So, Butters. Hammer der Stürme. Viel geschlagen aber doppelt so erfolgreich. Sonnenhelpen stirbt selber, Bitch. Scheiße. Kontert immer noch. Wir nutzen mal hier und neu. Beutete Waffe. Brennt. Boah, der macht aber auch gut schauen. Ich glaube wir bleiben jetzt erstmal bei den Mongolenbogen und scheißen auf unser kleines Pussy schwer. Hey, wer bist du? Ein Schlimmes. Das Schlimmste, was du je gesehen hast. Ah. Gernot. Gernot. Gernot des Dienens. Hey, Mietz. Ups. Nein. Geizchen. Ich mag mich mehr. Entschuldigung. Ist gerade extrem trocken, der Hals. Bestimmt das Tote Mietje. Nicht verflucht. Verflucht, nicht verflucht. Sir, I'm a professional security guard. Ich... 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 Jetzt machen wir dich fertig. Pisswachmann. Krannende... Hh. Hh. Mh, membran... Vielen Dank.